Oh, super! Die Badegarme ist wach! Oh, schaut mal! Das ist eine Badegarme! Und da ist sie eine Badewanne für die Badegarme, gell? Ah ja! Oh, hab ich die! Da! Ah, nicht der Badegad! Warte! Milchstrahlen, gell? Hm, die ist zu fett. Na, Idee! Ja, jetzt haben wir ein paar der Garmerfutter. Da, da! Oh mein Gott, die hauen ab! Die will nichts essen! Oh mein Gott, oh mein Gott! Arme Lilly! Was ist los mit ihr? Hä? Oh! Mama Lilly! Lilly, schauen wir hier! Hm, hm, hm! Schauen wir, Lilly! Hier! Oh! 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 Lecker, lecker! Und jetzt, in dein Badewasser! Schnee! Schnee! Das ist nicht! Und go! Ah! Tens! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hä? Was war denn das? Es wird schon langsam dunkel. Ich habe keine Lust mehr. Hallo, willkommen bei The The Pony Gameplay. Ja, herzlich willkommen zu My The Pony Gameplay zu einer super tollen neuen Folge. Super, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, was machen wir denn heute? Alles schönes, abenteuerliche Gesteinskunde-Story zu erleben. Ja, super. Das machen wir heute. Oh, und das neue Update. Guck dir mal, da bewegt sich schon ganz vieles Zeug hier. Oh, sogar die Lokomotive tut hier immer so ein bisschen schaukeln und wackeln. Super. Ja, das neue Update ist sehr, sehr schön geworden. So, wir müssen jetzt mal Freunde begrüßen und Freunde-Code eingeben. So, schauen wir mal. Da ist mein Code, da drüben. So, und hier kommt der 937795. Ja, herzlich willkommen. Auch in meiner Freundschaftsliste. So, ihr könnt es auch eintragen. Dann bekommt er auch noch ein paar Freunde. So, hier ist ein neues Pony. Ein klubschiges Klubschipony. Oh, guck dir euch mal an. So. Und, winkt sie noch? Ja, sie winkt noch. Supi. Ja, das macht sie ganz toll, gell? Die neuen Ponys. Ja, die sind alle letzte Woche eingezogen. Und, was haben wir denn hier noch Schönes? Ui, supi. Ja, da geben wir noch ein bisschen Gems aus hier. Noch ein paar Ponys einfliegen lassen. So, herzlich willkommen in Ponyville. Unser neues Pony. So, schauen wir mal. Sehr schick. Und, winkt sie noch? Ah, natürlich winkt sie noch. Supi. Ja, auch herzlich willkommen. Auf meiner Ponyville-Bahn hier. Ja, was haben wir denn Schönes? Wir haben jetzt einiges zusammenbekommen. Und, jetzt kaufen wir uns einen Laden. So. So. So, nur der Bauer. Sieben Stunden. So. In Club Town. Soldatenmaske. Ja. Und, es gibt neue schöne Ponys. Und, ein Kirin. Ah, das müssen wir uns auch gleich noch gönnen. Da winkt es schon aus dem Ballon raus. Ja. Ja, die Kirins, die sind cool. So. Ja, herzlich willkommen in Ponyville. Schöner Kirin. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich alle, ne? Oder fehlen da noch ein paar? So, jetzt gucken wir mal. In AR. Oh, schau dir mal an. Oh, ist der goldig. Oh, ist der goldig. Und, beißt der noch? Du, der beißt, ne? Komm, wir probieren mal aus, ob der beißen kann. So, mit dem Fingerli so. Gucken wir hier. Ah, da, 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 da. Ne, beiße tut er nicht. Okay. Ganz toll. Oh, da laufen sie alle drei. Und, winkt sie noch. Ah, ich glaube, der winkt noch. Ah, da winkt er noch. Oh, so schön. Oh, wir haben alles zusammengekriegt. Und ein neues Pony noch. Ja, Pony, Pony, Pony. So, schauen wir mal. Einen Pony will natürlich. Der fliegt, eh? Und herzlich willkommen in Ponyville. Ja, winken? Tut's noch winken? Nö, oder? Oh, da winkt's noch. Supi. Hallo. Auch willkommen. Ein neues Update. Super. Update. Ja, was ist das für ein Update? Update 73 oder sowas. Oh, ich freu mich schon. Oh. Jetzt gibt's sogar Pony, wo Jams machen. Krass. Boah, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Dann, wenn wir mal mal eins kriegen. Das ist cool. Und es gibt neue Zäune. Oh, da ist es auch cool. Was es da auch coole Zäune gibt. Ja, sehr schöne Zäune. Das müssen wir auch noch gleich noch ausprobieren. So, was gibt's neue Sammlungen hier? Ah ja. Neue Sammlungen gibt's noch. Und da sind die Zäune. Oh, ein Gem und zwei Gems. Und wo anders? Wo gibt's denn da noch Zäune? Ah, in Candlewood gibt's auch noch Zäune. Die kostet dann zwei. Jeweils dann. So, dann gibt's ja noch neue Avatare. So, so ein schöner goldener Avatar. So, 80 Diamante kostet. So, da gibt's auch noch Wege. Samtpfad. Ein hoher Samtpfad. So, das war's. Erstmal. Und es bewegt sich noch mehr. Ja, bei den Meerstuten bewegt sich da. Hier. Tolles Häusle da. Boah. Und Equestria-Gerl. Dieser Spiegel. Der bewegt sich auch jetzt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und da glitzert ab und zu mal was. So, jetzt müssen wir mal die Zäune ausprobieren. Schauen wir mal, wie wir das bauen. Natürlich, da brauchen wir gleich mal da so ein paar hin. Aha. Also zwei nebeneinander. Nee, so geht's nicht. Okay, müssen wir jedes Feld eins machen. Dann kommt das raus. Das Blumengedönster. So. Ja, sehr schön. Und die Story beginnt. Und das ist, wenn wir mal ein paar Jahre billes Kotlin aufnehmen. Also die failure ist, wenn wir ein paar Jahre billes mitbringen. Oh mein Gott. So, da müssen wir jetzt die Rarity schicken. Oh, die ist in der Aufgabe. Naja. Dann schauen wir uns mal, da soll die Ponys laden. Da gibt es auch noch eine mit Jams. Sehr gut, sehr gut. Oh, unser Freund und Helfer. 240 Diamanten. Okay. Da bin ich mal gespannt. So, das war es einmal. Und im Shop 14,99 Euro. 3, äh, 39,99 und 39,99. Gibt kosten die Sammlungen da. So, das wäre jetzt dann die Sammlungen hier. Und diese. So, die Rarity ist einmal fertig hier. Und weiter geht's. Wir müssen ins Community. Natürlich haben wir vorher das Internet ausgeschaltet. Oh. Okay. Okay, ja. Ja, da fehlen wir zwei Helfer. Leider. Elegant. Da müssen wir erstmal die Rarity schicken und dann schauen wir uns das noch einmal genauer an. So. Was können wir denn alles gewinnen heute in diesem Event? Okay. Okay. Oh, da ist ein Pony. Und nochmal eins. Und das mit Cem. Oh, ja. Sehr gut. Sehr gut. Da müssen wir uns ja mal anstrengen wieder in diesem Event. Um das zu bekommen. Und im Community natürlich auch. Müssen wir auch noch mal hier gucken. Ja, da bekommen wir auf jeden Fall einen Pony und so ein Avatar. Eine Rahmeli. Ne, der Rahmeli bekommen wir. Genau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jo, der erste Boss Da leveln wir erstmal hier auf, alles schön So, bis 99 haben wir mal aufgelevelt Und los geht's Geschafft! So, der nächste Boss Muss man ja schon mal ein bisschen sammeln hier Jetzt tun wir echt mal unser schönes Hütchen hier bauen Ja, da ist nicht schön Machen wir uns mal da hinten Deko So, Stärke 38 hätten wir da Durch den Helfer natürlich Haben wir da natürlich Ein bisschen schneller So, geschafft! So, ich bin ein bisschen Das war's für heute. so der nächste boss und dann schauen wir mal was wir denn da bekommen kristallhöhle so gucken wir mal wo wir das einpflanzen können natürlich muss die dazu den drachen mein drachen reich das ist ungefähr in der mitte rechts neben den kirin da ist die kristallhöhle und die gravity hat natürlich neue neue outfits so schauen wir mal ganz toll ganz schöner grüner diamant von äckel oh ja ganz toll die ohrringe sind die schön hast du im beauty mark so wir haben die stärke reicht 80 und nächste boss und 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 so der nächste boss 40 schergen stärke so neu wagen von interessant ja da können wir jetzt einmal noch so ein pony kaufen noch mal 7 euro 99 7 euro 99 alle einzelten 14 euro 90 ja die hanner die hatte man ja letztes mal schon gesehen die sache so wir haben uns gewagt ins community gestallbergwerk so und wir haben das gleich 66 platz jawohl und wir haben denn gleich geschafft paar sekunden noch so schauen wir mal 12 10 9 8 so das schaffen wir auf jeden Fall nimmer yo supi bis um eins haben wir gebraucht so uderle so uderle da fliegt er unser Pirat ja herzlich willkommen in Ponyville sehr gut so lafte und er tut gleich mit shining armor da plaudern so stärke 234 bis 4 und bis 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 So, jetzt tun wir eine... Oh, das ist ein Laden. Sehr gut, sehr gut. Sechs Stunden braucht er. Sechs Stunden, supi. So, wir sind im Community drin. Und, naja, ähnlich doch macht sich breit, das ist nicht wirklich das, was wir erwartet haben, wenn wir ziemlich spät einsteigen hier. Das liegt halt daran, dass ich hier diese Helfer nicht habe. Denn der habe ich ja verloren letztes Mal wegen diesem Teil, was da gespawnt ist. Und dann ist auszusehen das weg gewesen. Ja, dann waren vier Ponys weg. Oh, ich sehe gerade hier... Oh, da müssen wir Deko kaufen. Jo, Deko, Deko, 70 Diamanten. Na ja, gut. Na dann müssen wir die Deko noch kaufen. So, die Ravity hat die nächste... Das nächste Outfit. Oh, supi. Da ist sogar eine Tasche mit einem Pickel dazu gekommen. Sehr gut. Und da ist jetzt der Shop. 535. Münzlis kommen wir da raus. Tja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall diesen Helfer kaufen, der uns da letztes Mal abhanden gekommen ist. Ihr könnt euch bestimmt schon noch daran erinnern, wo da diese... Ich glaube, 10 Jahre Jubiläum war das. Und dann plötzlich ist das ganze Beute weg gewesen mit vier Ponys. Und eins habe ich immer noch nicht. Und das kostet 444 Diamante. Uah. So, da ist einer. Von diesen besagten Ponys, die wohl verschwunden sind. Den hätte man normalerweise gewinnen können. Den Ballonpop aber... Naja, egal. Ich brauche ihn jetzt unbedingt für dieses Pony jetzt da. Dieses blaue, schöne. Ja, 131. Ich hoffe, ich kann jetzt diesen Spieß umkehren. Ich bin immer weiter abgerutscht jeden Tag. Und, naja. Schauen wir mal. Und das nächste halt. 480 Diamante. Und 444. Das ist dieser gewesen. Der, wo mir noch gefehlt hat. So. Stärke erreicht. 494. Oh, da kommt ein Löwe. Äh, ein Tiger. 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 Sehr schön. So, lassen wir das mal hier. Ihr Häuslebauer. Ja. Da ist schöner Platz. Drei Stunden. Dann ist es fertig. Und ich habe es natürlich mal wieder geschafft. Ich habe wieder ein neues... ...ein neuen Charakter rausbekommen. Aus der Gruppenaufgabe. Oh, was ist das für ein tolles Ding. Ah, 15 Minuten. Baut das Ding. Und da... Naja. Müssen wir halt doch die Deko kaufen. Deko. So, der Indiana Jones ist... ...jetzt... ...bei uns. Oder fliege jetzt sogar zwei. Ah, yes, das ist nein. Yes, das ist nein. Ah, jetzt begrüßen wir erstmal den Indiana Jones da. Ja, herzlich willkommen in Ponyville. So, laughter. Ja, auch herzlich willkommen in Ponyville. Unser neues schönes Pony. Subi. Oh, hat Diamante. Sehr gut. Diamante ist immer gut. Die Rarity hat mal wieder ein Outfit, ein neues... ...bekommen. Oh, jetzt sind es kleine rosa Taschle. Mit Rarity-Kristallen drauf. Oh, schön. Super. Und da ist unser neuer Freund. Ja, herzlich willkommen in Candelort. Ein Barista. Aha. So, Boss. 852. Mal. Oh, gut. Ich mach mich mal, wenn du mal zurückkommst. Oh, was ich hier ein Ai-Og? Oh, Mann. Oh, das mal. Oh. Das war's für heute. So, jetzt müssen wir warten bis es durch ist und pflanzen jetzt hier, äh, lassen unser Pony ein. Fliegen. Ah, ja. Ja, herzlich willkommen in Ponyville. Tarnung. Ja, wegen der Tudi. Nehmen wir. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind unter die 100 gekommen. Also hat der Helfer doch noch was gebracht. Aber ich sag's euch, das ist so ein hartes Spiel. Also, das ist sehr, sehr knapp. Also, wenn ich mich da nicht dran halt, wird's knapp. So, könnt ihr euch nochmal dieses Höhle-Teil genau nochmal beobachten hier. Boah, das sieht so cool aus. Ja, sehr schön. Und ich mach jetzt mal nochmal meinen Trick mit diesen, ähm, Level. Level 162. Und 14 Diamanten hat's gegeben. Sehr gut. Und jetzt muss ich natürlich das ganze Zeug nochmal wieder abbauen hier, sonst steht das alles hier im Weg rum. So, da könnt ihr euch nochmal gucken. 724.992. So, und jetzt muss ich halt das Zeug nochmal wieder verkaufen. Das ist der Trick, um Gems loszuwerden, äh, um Münze loszuwerden und, äh, EP-Punkte zu bekommen. So, Ravity hat ihr letztes Outfit. Oh, mit geflochtenen Zöpfle. Oh, ist das cool. Das ist schon eine coole Ausrüstung jetzt. Sehr gut. So. Kraft erhalten. Juhu, geschafft. Boah. Wir haben eins mit Diamant. Boah. So, gegen die Kiste müssen wir kämpfen jetzt. So, da haben wir ja noch Tag 18 schon eine Zeit. Jetzt wird da unser neues Pony eingeflogen. Ja, herzlich willkommen in Ponyville. Alle 18 Stunden ein Diamant. Sehr gut. Müssen wir natürlich gleich ausprobieren dann. Ein Diamant, ja. Und neun zum Überspringen. Also, hacken kann man das nicht. Und was macht die jetzt da? Die gräbt nach Diamanten auf dem Boden. Sehr einfallsreich, ne? So, jetzt können wir hier dann noch mal was anderes kaufen. Das Wolkenlager. Yeah. Und gebaut. Oha, 30 Stunden dauert das. Oha, brutal. Na ja. Kurzen Tag sind wir hier im Video. Und ich hab's geschnitten. Oha, da ist's ja schon. Oha, da ist's ja schon. Sobi. So. Alle 6 Stunden 830 Münzer. Sehr gut. Ja, dankeschön für die Kiste. Vielen herzlichen Dank. Immer schön fleißig herzenkischen schicken. So, da ist der erste Diamant. Juhu. Sobi. Und gleich wieder losschicken. Sehr schön hat er das gemacht. Und es gibt noch mal ein neues Pony hier. Oha. Und Platz 81. So, gucken wir mal. Ja, ich denk mal schon, dass wir das schaffen. Ja, geschafft. Platz 77. Ich hab noch ein bisschen was Champs ausgegeben. Zum Überspringen. Juhu. Und noch eine Rahmen. Und 20 Diamantleys. Sehr gut. Also die erinnert mich irgendwie an die Miesti von der Generation 5. Aber halt kein Horn, ne? Ja, wie ist die ohne Horn? Sehr seltsam. Ja, herzlich willkommen in Ponyville. So, da gucken wir uns mal an. Sehr schön. Und winkt sie noch? Ah, natürlich. Die winken noch. Sobi. Ja, herzlich willkommen. Und wir haben ja hier ein neuer Rahmen bekommen. Den müssen wir natürlich gleich hier. Ja, wo ist denn der Rahmen? Achso, da oben. Achso. So, ein neuer Rahmen. Perfekt für die Cadence. Ausgestattet. So, guck dir mal an. Ja, sehr gut. Da könnt ihr meinen Code könnt auch eintragen und mich dann hier auf der Kalle besuchen. Ich werde dann das auch ins Video einbringen. Ja, geschafft. Doch, fliegt sie. Unser letztes Pony. Ja, herzlich willkommen in Ponyville. Das ist doch die Jung. Die Katzen-Lady. Jung. Ja, Goldy Delicius. Delicius. Hatte wenige Katzen. Ja, ist klar. So, da lacht sie. Ja, ich denke mal, das war's damit. Heute schadet er nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Meile Pony Gameplay. Und abonniere doch meinen Kanal. Dankeschön. Und da könnt ihr sie jetzt mal gleich mal noch in AR angucken. Müssen wir hier doch mal ein bisschen AR rein machen. So, da guckt er mal. Yeah, supi. Oh, ich die Goldbeben. Schöne Apfelbaum da hinten. Als Blutymark. Ganz schön. Ciao, ciao. Man sieht sich im nächsten Video. Dankeschön. Bitte abonnieren. Und bitte die Klöcke aktivieren. Mmh, lecker, feine. Super machst du dich. Oh, super. Die Lili badet. Super, super. Hi, Lili, du bist eine Sau. Oh, ins Badewasser gekackt. M Infistbar. Kopf pop ent принцип traz. Ach. 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 Vielen Dank.